Herzlich Willkommen Leute zum Röder Unboxing 2017 2018. Das ist hier das ganze Maket. Bestellt wurde ungefähr für 130 Euro. Mit Versand ungefähr 160. Und ja, dann machen wir es mal auf. So, wir haben hier ein Raketensortiment, das Skyburners von Leslie, mit ID-Raketen, 21 Stück. Gab es für einen guten Preis und sah jetzt auf dem Video auch nicht so schlecht aus. Ja, deswegen einfach mal eingepackt. So, was haben wir noch? Wir haben einen Kleinkram. Wir haben Niko Reibkopfknaller. Zwei Packen, die sahen echt schlecht aus. So, was haben wir noch? Wir haben hier zwei Packungen. Jawoll! Zwei Packungen lässt sich doppelt mal. Eine ist schon aufgegangen. Ja, die muss ich gleich mal wieder zusammen frickeln. Kann passieren. Ist nicht dramatisch. So, dann haben wir hier für euch die roten Corsair. Kennt jeder. Geile Böller. Des Weiteren die Silver Pirates. Auch geile Teile für einen guten Preis. Oh, das sind wirklich noch Qualitätsböller. Dann noch mal weiter. Noch ein bisschen Mühe. Kleiner Standfuß. Dann haben wir hier am Rand zweimal die Doppelschlag. von Explode Fireworks. Auch, ja, geile kubische Kanonschläge. Ist auch noch etwas größer als die normalen. So. Dann haben wir hier Gewinnspiel-Sticker. Komme von Röder als kleines Geschenk. Zweimal die Schokolino. Auf jeden Fall danke dafür. Geh uns auch mal an die Länge. Dann haben wir insgesamt fünfmal die Lesti Gold. Geile Batterie. Unter drei Euro. Auf jeden Fall richtig geil. Kann man nur zuschlagen. Dann haben wir hier die Böse Nachbarin. Nicht die beste Batterie, aber auf jeden Fall zum Testen auch mal dabei. Auch hier diesen Pure Mold Design. Dann haben wir die Mars. Müsste auch zweimal vorhanden sein. Geile Batterie. Immer nur Budget-Bereich. Und ja, die sind auch immer von Jörg nicht schlecht. Dann haben wir hier des Weiteren die Venus. Einmal dabei. Auch von Jörg natürlich. Dann die Corsac von Leslie. Kleine Batterie. Aber trotzdem, ja, kommt ordentlich was raus. Dann haben wir hier Castle Paya. Und das Ganze dann zweimal. So, dann haben wir hier nochmal die Mars. Dann kommen wir schon zum vorletzten Artikel. Das sind die Nautilus-Raketen. Sie sahen richtig geil aus auf dem Video. Also nochmal nice Raketen von Jörg. Und abschließend, das waren wirklich geile Raketensortimente. Auch ziemlich groß. Die Perfect Raketen. Jeweils zwölf Stück drin. Für ungefähr 10 Euro pro Päckchen. Die sahen auf dem Video echt richtig geil aus. So, dann habe ich hier nochmal alles aufgebaut. Wir haben hier oben die Raketensortimente. Hier das Skyburners. Dann insgesamt die drei Sortimente von Jörg. Dann haben wir hier die ganzen schönen Batterien. Da ist die Gold. Corsac. Ein paar andere Batterien noch. Von Jörg einiges dabei. Cassiopeia. Mars. Venus. Dann haben wir hier noch ein paar Bombenrohre. Und ein paar Knallartikel. Doppelknall. Reitkopfknaller. Donnerschlag. Silver Pirate. Roter Corsar. Und das Geschenk von Röder. Die Shocker Linio.